Ja, jetzt Frau Dr. Nathalie Flady, ich grüße Sie, ich darf aber auch Du sagen, wir kennen uns seit einigen Jahren. Du bist Inhaberin, Geschäftsführerin deines Unternehmens. Da geht es um Nahrungsergänzungsmittel und das Unternehmen oder die Marke heißt Fundiert. Richtig, das ist eine Nahrungsergänzungsmittelmarke. Ich bin selber erprobierte Apothekerin und das sind alles auch meine eigenen Rezepturen und Formulierungen für das emotionale und auch für das körperliche Wohlbefinden. Viele der Inhaltsstoffe sind auch patentiert, also von höchster Qualität und ein Prozent des Umsatzes stiften wir für die NCL-Stiftung. Das ist wirklich sehr ehrenwert. Was für Nahrungsergänzungsmittel, für welche Bereiche sind die denn? Es ist mit Sicherheit gut strukturiert und hat verschiedene, sag ich mal, auch Fokussierungen. Richtig, also wir haben Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel für die Unterstützung des Immunsystems, aber auch ein hervorragendes Curcumin-Produkt. Da geht es um die Unterstützung des Bewegungsapparates, also es wirkt sehr stark anti-entzündlich für Muskel und Gelenke zum Beispiel, aber auch für das emotionale Wohlbefinden. Einer unserer Hero-Produkte heißt Balance Support Complex, beinhaltet patentierte Safran-Extrakt, ja, ein patentiertes Curcumin-Extrakt, auch energiespendenden B-Vitamine und auch Vitamin D. Also, wie gesagt, für das Körperliche und für das emotionale Wohlbefinden. Also, kann man sagen, es sind auch Lifestyle-Produkte oder würdest du sagen, es sind wirklich elementar, weil sie eben halt Energie geben, sagst du mir, also was diese ganzen Inhaltsstoffe gut sind? Also, ich sage mal, das Immunsystem zu steigern ist eine Sache, aber ich denke, das ist noch viel mehr, was man da als Mensch mitbekommt. Natürlich, also was sehr interessant ist, wir haben zwei Darreichungsformen, die wir anbieten, also zu einem Kapsel, die Sie vielleicht kennen so als Applikationsform, aber auch Mundsprays, also ein Direktspray für die Oralgabe und da haben wir auch ein sehr interessantes Produkt, ein Vitamin-B-Complete-Komplex, also mit vier Sprühstößen haben Sie somit alle acht B-Vitamine, die im B-Vitamin-Komplex enthalten sind, für die Psyche, für das Immunsystem, für die Nerven, also wirklich etwas, wo man sagt, das tut jedem sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich abschließend diese typische Frage stellen, wahrscheinlich nachhaltig produziert, ja, da kommen die Gäste rein, das macht es lebendig, nachhaltig, vegan, sagst du es mir. Also, alle unsere Produkte sind vegan zertifiziert von V-Label Europe und alle Produkte werden in Norddeutschland und auch sehr wichtig anhand von pharmazeutischen Standards hergestellt. Also, wir stellen Nahrungsergänzungsmittel her, als wären sie Arzneimittel, was sie ja nicht sind. Also, in Deutschland werden Nahrungsergänzungsmittel nicht als Arzneimittel oder als Medizinprodukte geführt, sondern als Lebensmittel. Wir stellen sie her mit einer solchen Präzision und auch mit den Zertifizierungen, die man erwarten würde von einem Arzneimittel. In Norddeutschland ist alles auch sehr nachhaltig verpackt. Letzte Frage, wie kann man eure Produkte beziehen übers Internet oder gibt es auch eine lokale Anlaufstelle? Wir sind sehr, sehr stolz auf unseren Vertriebspartner für Reformhäuser. Das ist die Reformhauskette Engelhardt. Wir sind in zehn Engelhardt-Filialen in Hamburg zu finden, unter anderem auch Eppendorfer Baum, Eppendorfer Landstraße, AEZ, EEZ, Mercado, Blankeneser, Bahnhofstraße, Carré und viele weitere. Wir sind aber auch in Apotheken vertreten über die Noveda, das ist die größte Apothekergenossenschaft Deutschlands und natürlich auch über unsere eigene Webseite www.fundiert.com. Dann danke ich dir für alle diese tollen Informationen, die unser Leben, unserer Lebensqualität auch vielleicht viel Gutes tun und vor allem auch Gutes, was du tust, was euer Unternehmen tut für die NCL-Stift. Vielen Dank für dein Interesse. Danke. Vielen Dank.